Oh, hi Leute, ich bin ein bisschen dumm und hab vergessen, die Facecam anzumachen. Aber hier bin ich. Hi! Ja, Max, toll, wenn man sie verspricht. Also, ich hab auf ein Video von Christina Bössern reagiert. Von Christina Bössern dran, auf das ich reagiere. Hobby-Horse-Longieren, geht das gut? Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute hab ich was richtig Cooles geplant. Und zwar werde ich die Floridana heute mal longieren. Ich bin grad so auf Longier-Phase und deshalb hab ich total Lust zu longieren. Ähm, ja, ich weiß nicht warum. Floridana wurde vorgestern das letzte Mal longiert und heute wird sie jetzt nochmal longiert. Ähm, ja, ich hab jetzt hier schon mal ihr Halfter. Ich longiere mit Halfter. Mit Trense longiere ich eigentlich nur die drei Pferde und die zwei longiere ich immer mit Halfter. Hier ist Floridanas Halfter von KB. So, ich hab grad die Longier-Pike hier dabei. Und für die Longier-Ähm, die Floridana jetzt. Ist ja total cool. So, ich hab grad die Longier-Ähm, die Floridana jetzt. So, ich hab grad die Longier-Ähm, die Floridana jetzt. So, ich hab grad die Longier-Ähm, die Floridana jetzt. Leute, wundert euch nicht, wieso ich das schneller vorgespult habe. Es war halt einfach immer nur das Gleiche und ich habe auch nichts gesagt. Und dann nicht abwerten gegen Christina Besson. Also, ja, ich wollte nur nicht, dass das Video so lange geht. Und ich habe auch meine zwei Kommentare, die dazu waren, rausgeschnitten. Wieso habe ich es rausgeschnitten? Ich wollte mich abwerten gegen Christina Besson und ich habe mich einfach ziemlich blöd verhalten, deswegen. Also bitte nehmt das jetzt nicht übel. Ja. So, wir sind jetzt fertig. Ich habe mich auch auf die Floridane draufgesetzt. Meine Freundin führt jetzt nach Hause und ich bin froh, nicht laufen zu müssen. Soll ich das so zu grämmen auf dem Pony? Soll ich reite jetzt auch nicht mehr, ich bin jetzt auch schon abgestiegen mittlerweile. Oh, die Flori. Meine Freundin Flori. Und ich laufe hier nebenan, neben den zwei. Neben, 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 den. Ich bin froh, hast du in den Dämen geschlossen? Die Floridana wird jetzt noch abgespritzt. Genau, hast du super gemacht. Gell, Flori? Leute, und das war es mit meinem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert kostenlos meinen Kanal. Ich glaube, da würde ich mich freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Aktiviert auf die Vlog, wenn du das noch nicht getan hast. Und ich sehe gerade, dass 80% Leute, die meine Videos gucken, mich noch nicht abonniert haben. Also solltet ihr das ganz schnell tun. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.